Aha. Natürlich. Hallo, kannst du jetzt bitte... Ähm, angreifen. Angreifen. Ähm, angreifen? Ja. So viel zum Angreifen, ne? Ja. So. Art. So. Wurde trotzdem vergiftet. Aus welchem Grund auch immer. Ähm. Der Typ brennt. Sollte der nicht schon tot sein? Ich weiß es nicht. So. So. Oud-Obelisk. So. Und da will ich den Oud-Sefirot. Sefirot und Obelisk verurte. Das alte Spell funktioniert. Ja, was bin ich froh. Ketar, Rena, was, wie heißt das? Gewrat und Tiparat. So. Gut. Ähm. Höhle. Lagerfeuer. Militäre. Gewrat. Da will ich hin. So. Gewrat, Gewrat, Gewrat ist in dieser Richtung. Dann mache ich mich auf dorthin und setze diesen Sefirot ebenfalls ein. Hallo, jetzt, Geralt, lauf eine gerade Linie, bitte. Nieswurz gibt es hier auch. Es ist wunderschön. Ich freue mich sehr. Hallo, jetzt hier. Dann, Dankeschön. So. Ja. Das soll er gerne machen. Es ist etwas laut hier. Wen nah. Wen nah. Haben wir Wen nah. Tiparat. Ketar. Wen nah. Haben wir auch. So. Das ist dort drüben. Ich versuche da mal unbehelligt hinzukommen. Beziehungsweise möglichst da ist er. Da hinten ist er. Ich habe ihn erblickt mit meinen, äh, durch Kunststoffgläser verstärkten Euglis. Bin ja Brillenträger. So. Ähm. Ja. Ja, das hast du jetzt gerade schon zehnmal gesagt. Dankeschön. Ähm. Kreis der Elemente. Ketar. Da wollen wir hin. Ketar wollen wir hin. Was ist das denn? Das sind die Typen von Orden der Flammenrose. Und das ist wunderschön. Was ist das? Na, ich bin's. Ich bin's nur. Ihr braucht mich nicht anzugreifen. Es bin nur ich. Das bin nur ich. Tötet mich nicht. So. Was macht der da? Der streichelt den Obelisken, oder wie? So. Dankeschön. Die Typen und die Obelisken sind verbunden. Die alten Spiele funktionieren. Ja. Wow. Ich bin begeistert. So. Der Tierparad. Der Tierparad ist jetzt der da hinten, ne? Lagerfeuer, Ort der Macht. Golem, Totenacker. Steingolem, Lagerfeuer. Schrein der Militär. Der Tierparad. Ach, der Tierparad ist der da, der da mittig in den Monstren drin ist, oder wie? Ach, Mist. So. Schauen wir mal, was es da alles gibt. Ich hoffe, ich komme da hin. Ohne, dass ich sterbe. Ich speichere mal ganz kurz. Das ist nicht hier. Das ist ein Stück weiter drüben. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Ähm. Wo ist das Ding? Ich will nicht kämpfen. Ich will wirklich nicht kämpfen. Tut mir leid, aber ich will wirklich nicht kämpfen. Hier ist er. Tierparad. So. Wisst ihr was? Ich kämpfe da jetzt einfach mal. So. Ähm. Ja, ja, natürlich. In die, in die Richtung, wo keine Monster sind. In der Richtung, wo keine Monster sind, musst du nämlich unbedingt dein Feuer hinwerfen. Das mit dem verschiedenen Kampfstil, es ist... Ich muss es zugeben, The Witcher ist kein Spiel, das mir liebt. Den dritten Teil gerne, jederzeit wieder, aber... Den ersten Teil... Na los, jetzt weg. So, Tipperad. 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 Tipperad, jetzt. All das Sephirad hat gesagt. Meine Medaillen vibrieren wie mad, so der Spell muss arbeiten. Die Tower-Tür sollte örtlich sein. Ich kann nicht warten, um Kolksteins Reaktion zu sehen. So. Ja, und ich erst. So. Das haben wir abgeschlossen. Und was machen wir jetzt? Quest. Ähm. Ich kann den Turm nun betreten. Also, ich soll in den Turm. Gut. Dann gehe ich in den Turm. Wenn ich da rein soll, dann gehe ich da rein. Ich bin so gespannt, was mich da erwartet. Hallo, ich habe F5 gedrückt. F5. F5 funktioniert nicht. Ich kann nicht speichern. Ach so, natürlich. Ach so, ich bin im Kampf, natürlich. Kampf kann man ja nicht speichern. Das wäre ja unfair. Wenn man während eines Kampfes bei einem Checkpoint oder so, wenn man gerade was erreicht hat, wenn man da speichern könnte, das wäre ja ganz schlimm. Wenn man gerade 20 Minuten versucht hat, irgendeinen Höllenhund oder Massen von 23 Millionen Menschen zu töten und gerade so die Hälfte geschafft hat oder irgendwas, dann muss man nicht speichern können. Ähm. Ich laufe falsch. Ich muss da hinten auf den Weg, nicht wahr? Jawohl. So, da hinten muss ich hinten rum und in den Turm rein. Ich bin sehr gespannt. Ähm. Eine Schwalbe werde ich zu mir nehmen. So. Lauf. Laufhexer. So. Hier herum. Ja. Dann greif... Dann töte ihn halt. So. Dankeschön. Ja, da ist noch ein ertrunkener Toter. Warum auch nicht? Die stehen da halt so rum. So viele ertrunkene Toter, die wir hier jetzt schon getötet haben, ist es einfach ein Träumchen, ne? Ja. So. Übrigens kann der mich von da hinten aus hitten und ich den aber von hier aus nicht. Auch ein bisschen sehr fair, ne? So, die Turmtür müsste offen sein. Raimund. Das macht keinen Sinn. Sind wir nicht sicher, dass wir die Wahrheit lernen? Ich würde lieber fokussiert bleiben. Soll ich das Buch von der Tauern bekommen? Ja, schnell. Wir können nicht Kalkstein vor uns kommen. Ich hoffe, dass der Mörder das Bait verletzt. Ich glaube, ich habe sicher, dass ich das sichergestellt habe. Okay, ich gehe rein. Ich gehe rein. Speichere. Kreis des Wassertores. Da lerne ich wahrscheinlich jetzt AXI, ne? Yo, ich habe AXI gelernt. Juhu. Äh, vorübergehend eure Gegner in Verbündete verwandeln. Jawohl. Macht Verstärkung Furcht. Eure Gegner geraten in Panik und fliehen. Das wäre schön. So, das heißt, ich habe jetzt AXI gelernt und da ist ne Kiste. Nice. Ein bisschen Kohle. Kann man immer brauchen. Hier ein bisschen sowas. Ähm, da muss ich ja was hier lassen. Verdammt. Die kann man nicht stacken. Oder habe ich keinen roten bei mir? Die habe ich, glaube ich, eingelagert. Ich weiß es gar nicht. Okay. Den kann ich mir aufsetzen. Diamantstaub. Mist. Feuerstein. Wer braucht, wer braucht bitte einen Feuerstein? Tschüss. Nehme ich den Stein dafür mit. Ähm. Hundevertrag. Weg damit. Die ganzen Verträge. Tschüss. So. Roter Stein. Diamantstaub. Was ist das denn? Unbekannter Trank. Könnte ich natürlich auch zu mir nehmen. Das ist eh ein Questgegenstand. Hundetalk. Hab ich eh schon. Den stecke ich mir an. Ähm. Und den unbekannten Trank nehme ich auch mit. Das kann hier liegen bleiben. So. Verträge braucht kein Mensch. So. Kann man hier weiter? Nö. Kann ich hier jetzt auch ein Magieritual durchführen? Axieverstärkung. Natürlich. Warum auch nicht? Kann man ja machen. You'll soon learn the truth. Good. I was getting impatient. What do we do now that we have the treasure from the tower? How do we lure the mage here? He's here already. I only see you. So you say. The detective was on to me and you trusted him so I killed him and assumed his identity. Two birds with one stone. I needed you to open the tower. I need you anymore. I need you anymore. Ähm. E-Fried. Den ich natürlich auch nur mit. Ähm. Dem Gruppenstil angreifen kann. Ähm. 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 Ich hab Axie gelernt. So. Ähm, ähm, wenn, um, ah, hier. Nice. I come at your command, Master. I listen and obey as a genie would. Professor, cut that crap and get him. You see, Witcher, too much water around for Azar to feel comfortable. Fire Mage is limited. He needs me to do the wet work. Good. Two Worms with one stone. Ähm. Okay, ähm, 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 hier. Ich greife an. Äh, ich greife an, habe ich gesagt. Ähm, ja, hier. Tschüss. Hallo, jetzt, jetzt. Endlich greife ich mal an. So? So? Admirable fight. The duty calls us to the trade quarter. Contrary to popular opinion, chaos and terror do not spread on their own. The venom of Zeracanian scorpions, lethal even to mutants. Mistakes, Witcher. They can be deadly. Give my greetings to that young companion of yours. All felt the battle in the swamp was the beginning of events that would soon rock Temeria. Sensing the approaching conflict, both sides were eager to test the enemy. A routine skirmish between patrols erupted into a regular battle. Led by unwavering faith, the Knights of the Order showed greater determination and emerged victorious. The Scoiazhal learned that freedom could only be achieved by shedding blood, their enemies and their own. Azar excluded me from the battle. When Triss woke me, heaps of bodies appeared before my eyes. It was the last time I was able to avoid taking sides. You're mistaken. I have him under control. And not just him. They're all eating out of my hand. I regret that Voltest is away at the summit, but I trust you'll tend to the King's Council? I assume you've resolved matters with Luvarden as well. Yes. I made an offer and he accepted. He claims his superiors had similar plans, but we beat them to it. Men can do nothing but talk and then always claim the initiative. And how is your Witcher? I should be able to convince him. Don't overdo it. Geralt can be exceptionally perceptive. I know. I must get back. I'll contact you when it's all over. Never let the Witcher guess what you hide from him. Triss? Should you be up? I'd rather make sure you've recovered completely. How? Don't worry. This won't hurt a bit. Well, you seem to be at full strength. It must be that unusual Witcher's metabolism. Triss, how did I get here? Pure coincidence. I was scanning for magic anomalies and happened upon a false trail set by Kalkstein. You found me in the swamp? What happened there? I don't know. The alchemist is still there, examining solid stone. But he won't find anything. The greater anomalies are here in Vizima. Magic anomalies in Vizima? Yes. I'd appreciate it if you could help me figure them out. But back to your health. I thought I was at full strength. You misunderstood me. Physically, nothing's wrong. It's your mind that worries me. Explain. You raved for hours. I had no choice but to read your thoughts to learn about your injuries and which poisons you took this time. I'm sure you read beyond that. I couldn't help it. Your thoughts were quite loud. In any case, I know about your recent adventures. Can you help me? Recover your memory? I doubt anyone can. But there's a small chance... A small chance of what? From what I saw, I think you would benefit by creating a stable personality. Meaning? Geralt, please. This is important. Just limit the psychobabble. You need to take a stand on the world's problems. It doesn't matter what position. Just that you choose one. A strong identity may help restore your memory. Can't you just tell me what you saw? No. I don't want you turning into my vision of Geralt. I want you to decide for yourself who you are. Without looking back. I shouldn't take an interest in the past. Exactly. Your memory should return and do course. We'll see. Geralt. I don't want you to take an interest in the past. I don't want you to take an interest in the past and search yourself out, who you want to be. Because the world reacts on the picture of me that occurs before I had the amnesian. Also not me, but Geralt. And I have no idea of it. And I say then, hello, hello. She winked on us with both sides. Ja, genau. Sie winkt uns mit den Beinen. Ähm. Und ich habe keine Ahnung. Hä? Warum erzählt die mir? Also ich weiß es ja, aber warum erzählt die mir nicht einfach, wer ich bin? Und was ich so mache? Und mit wem ich so zusammen war und so? Ähm. Ja. Eigennutz halt, ne? So. Hier. Magische Anomalien. Du sagst etwas über magische Anomalien. Various Dinge können sie causen, aber mehr importantly, sie können die causen von euren Schmutz. Als ich letztens so fühlte, warst du und eine Sorcerin versuchen, einen Genie zu holen, die in der Prozess verletzt hat. Du hast wahrscheinlich keine Erinnerung, aber viel lag in der Balance. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte deine Hilfe nutzen. Ich habe einige magische Sensoren, die umgelegt werden müssen, um die Anomalien zu holen. Sie helfen uns, die Anomalien zu holen. Okay, na gut, machen wir. Alright, gib mir die Sensoren. Ich werde es umgehalten. Sempre sicher, zu bitten. Was für Freunde? Hm. Ich sah eine perfekte Wohlkavite in der Trade Quarter, neben der Stadt Hall. Einmal einen da, einen zweiten in der Tempel Quarter, neben der Entrance zu den Sewers, und der dritte in Vizima's Cemetery. Wir schaffen einen typischen Radcliffe-Triangle. Du wirst natürlich wissen, dass die Triangulation in diesen Fallen die meisten effektiv sind. Ja, na klar. Natürlich. Ist genauso wie beim GPS. Da wird auch trianguliert und so. Wie kommst du hierher? Wie kamst du hierher? Lange Geschichte. Wenn du Männer umgezogen waren... Was veröffentlicht hat? Bei einigen Schrauben habe ich entschieden, dass ich Salamandria aus unkonventionellen Methoden suchen. Welche Resultate? Sehr gute. Du wirst es alles lernen in Zeit. Warum nicht jetzt? Um diese Informationen zu bekommen, musste ich nicht sagen, dass ich dir das erzählen habe. Patience, Witcher. Okay. Okay. Who were you talking to through the mirror? You heard me? Ah, sorcerer's business. Nothing important. Sounded serious. I had to make a few promises to learn about Salamandra. You could. Trust me. It was nothing important. Ja, ja, Triss. Ja, ja. I'll see you later. See you. Oh, I nearly forgot. What? Luvarden, a merchant, wants to see you. He hosts banquets at the new Naricord. I don't like banquets. Important people will attend. I don't know. Including Princess Atta, whose curse you lifted? Apparently, she's slightly obsessed with you. I'll think about it. I'll be there. All right. I'm convinced. Maybe I can gather some information there. Six this evening. Here's the pass that makes you official in the trade quarter. A pass? A pass? Well, in addition to a quarantine, the authorities of Azima have imposed martial law. How'd I miss that? It only covers the trade quarter, which you haven't entered. So how do these passes work? Only the quarter's residents are allowed to move about. I have a house here, so I was able to get a pass. So what do I do? Well, I registered you as residing here. Falsely, of course. Okay, wegen meiner Identität. Listen, about my identity. Progress already? I'm still analyzing. Geralt. Let's go. Let's go. We'll be there. I'll let it go.